Wir starten Gesundheitsamt, da kann sie noch eingetragen werden, die Liste haben wir noch da. Da haben wir noch kein Zwischenergebnis. Die Strecke ist genau wie letzte Woche, wir starten hier in die Juristenstraße, gehen vor bis zur Berliner Straße, biegen dort ab nach rechts, gehen die Berliner Straße entlang bis zur Thomas-Münzer-Straße, dort biegen wir wieder rechts ab, die Thomas-Münzer-Straße durch bis zur Sternstraße, dann die Sternstraße runter bis zur Weber-Straße, an der Post vorbei, beim Ministerpräsidenten vorbei und dann in die Kollegienstraße und hierher zurück. Denkt bitte dran, noch mal der Hinweis, Alkohol ist während dieser Kundgebung, während dieser Veranstaltung untersagt. Die Liga Formation 2.0 auf die Straße! Der Frieden! Auf die Straße! Der Frieden! Auf die Straße! Alles andere in den Päden! Auf die Straße! Danke, das war Drogen, aber was wir können! Ja! Vielen Dank! Egal Handelskrieg, NATO mit deutscher Beteiligung, übrigens mit grüner Regierungsverantwortung. 50.000 Tote nur bei dem Antrieb, davon 500.000 zivile Opfer. Obf. Aus für wen! Keine Bankionen! Deine Biblia Hörer geschehen! Verweichen! Auf Freiheit! Auf die Hase!